Bringt genau null, dass sich das dreht. Okay, halten wir die Maschine an. Dann nervt aber der Tonarm, wo die flüssige Ice Cream rauskommt. Sonst dreht sie immer auf mich zu. Wenn sie steht, muss ich mich verrenken. Beim Drehen kann ich faul sein. Auch beim Zerspachteln ist es geil, dass sich die Mitte einfach dreht. Beim Verteilen im Kreis muss ich nur mit rechts richtig arbeiten. Ansonsten ist Beidhändigkeit gut. Das Aufrollen ist, wenn du es raus hast, super easy. Einfach hinhalten kostet kaum Kraft. Normal ist das wirklich ein Sport für sich. Am Ende brauche ich auch keine extra Zange. Zack, rein in die Waffel, während die Zylinderrollen in den Becher kommen. Aber beim Geschmack hat er natürlich recht.